Wenn ihr die Idee habt, schlagt einfach mal was vor. Ich habe Bock. Also prinzipiell Race. Die Idee finde ich immer ganz cool. Bisschen Competition. Das ist immer gut. Aber Scaraborn, du bist ja jetzt nun schon 40. Quack so, da mache ich doch. Perfekt für Megane. Damit die auch Level 40 wird. Weil wie gesagt, ich will möglichst gucken, dass alle auf dem gleichen Level bleiben. Und ja, so. Jetzt Safe Staten. Pokémon wechseln. Weiter geht's. Okay. Buddyslam? Ja. Funktioniert. Nee. Warum? Warum? Ha. Nicht mehr verwirrt. Das ist dein Ende. So. Oh. Hey, der Witzker. Level 50. Slime off. Dankeschön. Ihr seid bekloppt, ey. Ja, super. ja fuck ey doch er ist paralysiert mit seinem dämlichen alter nicht so effektiv alles klar jetzt senkt er meine verteidigung die pfeife und die attacke ich habe bloß noch vier deswegen werde ich jetzt noch mal wechseln vielleicht kann im pergator irgendwie was reißen schlitzer boah ja warum geht das nicht immer daneben warum geht das nicht immer daneben warum geht das immer daneben bis na ho nerv alter so Ihr Pfeifen Ich kann's self-staten So viel ich will Haha Alter Guckt euch das mal an Danke Alter, jetzt komm Hallo Hallo Danke, perfekt Wunderbar Wandere Hugo Dein Pokémon war stark Du warst ein würdiger Gegner Aber ich musste dich leider trotzdem platt machen Hahaha Aber jetzt Wieder erstmal Meganie Der auch plus eins Er hat auch plus eins Ein Mogelbaum Level 48 Das kriegt man aber hin Geht das aber schon mal scheiße Das ist sehr fiktiv Jawohl Ne, brauche auch nicht fliegen Fliehen Ich mach dich platt Sooo Perfekt Gut, das war jetzt easy 40 Perfekt Und gleich nochmal Und gleich nochmal Safe-staten Pokémon wechseln Und weiter geht's Ich bin grad gut, hab ich so's Gefühl Ja, der Tunnel Ja, der Tunnel ist wirklich verdammt lang Er hat zwei Pokémon Doppelkampf Heieiei Okay, du machst Aquaknarre auf den Und du machst Rasierblatt Äh, nein Ja Okay, Skarbon Du musst richten Okay, Aquaknarre Und nicht wirklich viel Dafür ist Durchbruch Umso stärker Und das war ein Volltreffer Ob ich Halt Ich werde die Einfach Am besten Gleich mal so Hinpacken Aber ich will den besiegen Ich krieg das hin Ich werde jetzt auch nochmal Safe-staten hier So Aquaknarre Durchbruch Bodycheck Ja Äh Wissu Alter Komm schon Jawohl Der ist wenigstens down Genial Ohne dass einer gestorben ist Ich bin begeistert Perfekt Perfekt Wunderbar Ich wusste doch Ich hab's drauf Halt Ach egal Ich werde Skarbon Nachher nochmal heilen Ah ja Komm jetzt nur noch solche Oder was Das ist halt echt furchtbar Ja sehr effektiv Ja sehr effektiv Das ist mir klar Ah ich bin paralysiert Verdammt Na 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 Dein Härtner bringt nix Du stirbst sowieso mein Freund Und Impergator ist Level 40 Ich bin begeistert Ich bin begeistert Kickli Dann mach ich jetzt erstmal Megan hier Ah komm Nein Teckel ist doof Naja ist ein Sturm Macht nix Oh Ich hab so das Gefühl Dass ich Nicht beim ersten Mal leben Durch die Hülle Durchkommen werde Makago Da setze ich jetzt doch lieber Wieder Impergator ein Momentan sind sie ja alle Gleich levelig Gleich Levelig Nicht Grimasse Aquaclar Nein Ach komm Jawohl Jawohl Perfekt Wunderbar Okay Was kommt als letztes Nein War es schon Okay Dann werde ich Jetzt nochmal Safe staten Ähm Und Nochmal etwas Tränke verteilen Denn Ich hab's ja Soviel Trainer wie da jetzt noch kommen Oder hoffentlich kommen Also nicht dass ich mich beschwere Dass hier Keine Trainer drin sind Denn Halt Ich kann hier sehr gut leveln Was ich ja wieder cool finde So Nochmal Check Naja gut Okay Vor acht werden wir's nicht schaffen Aber Level muss sowieso sein Deswegen Lassen wir's einfach mal Laufen Na klar Es ist sehr effektiv Und Weißer nicht Das ist der Unterschied Ja Level 41 Perfekt Dann mach ich jetzt Ähm Nacht Nicht Beutel Tausch Gegen Skaworn Fluchtzeilen Achso ich könnte auch Theoretisch fliehen Ein Flurmel Bleibt auch eine Horn-Attacke oder? Jawohl perfekt Ein Flurmel So viele Gänge Und ich hab keine Ahnung Wo ich hin muss Ich muss jetzt wieder mehr Auf Bodycheck setzen Denn Meine andere Tate Ist Gleich Fertig Da ist noch Ein Kampf Wir haben jetzt schon wieder so viele Knottel auf Gut Dass die Attacke dann doch noch Mehr abzieht Und die sind noch alle Schwächer Pixi Es wird nicht nur mal drin Den Felsbruch Ähm Denn jetzt wirst du L 41 Das heißt Jetzt ist Zeit Für Megane Hier Und Buddyslam Das ist auch fast Zu Ende Dieser Knosp Ne da lass ich dich drin Ach verdammt Ich wollte das noch machen Eigentlich machen Das ist nicht effektiv Na gut Das ist klar Pflanze gegen Pflanze Du bist Alter Fast 20 Level Schwäche wie ich Rosa Ring Ja lass ich dich auch noch mal drin Dann müsste jetzt wieder Ach verdammt So Wasserblatt eigentlich wieder Funktioniert Ja gut So Du bist auch Besiegt meine Freundin Da ist noch jemand Ich werde mal gucken Ob ich dich besiegen kann Und warum was für Pokémon du hast Wie kommen die alle an so starke Pokémon Ey Warum denn die trainiert Volltreffer Oh wie ich Vergeltung hasse Na gut Ich werde mich nicht mehr 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 Ich werde mich nicht mehr